Musik Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder ein neues Unboxing Video von mir, denn ich möchte gemeinsam mit euch dieses richtig schöne Set Kinder beim Minigolfspiel öffnen und aufbauen. Also viel Spaß und los geht's! Ja, hier könnt ihr jetzt auch schon das Set sehen. Dieses Set hat die Nummer 9, 4, 3, 9. Und da kann man auch schon diese zwei Kinder sehen, die Minigolf spielen. Da sind dann auch noch die Bälle und die Schläger. Außerdem gibt es da auch noch eine Maus. Und hier eben noch so eine Minigolfbahn oder so. Auf der Rückseite sieht man dann auch die ganzen Einzelteile. Also da sind eben diese zwei Kinder und halt eben noch die ganzen Sachen, die man eben fürs Minigolf braucht. Ich würde jetzt aber sagen, wir machen das Set mal auf und dann können wir es auch schon aufbauen. Musik Ja, hier kann man jetzt die ganzen Einzelteile sehen. Also da ist eben diese Tüte. Dann gibt es auch noch diesen Sticker. Und hier noch diese zwei kleine Zettel. Ja, hier gibt es jetzt anscheinend keine Anleitung, aber es sollte ja eigentlich auch nicht allzu schwer sein. Immerhin gibt es nur diese Bahn. Dann gibt es auch noch diese zwei Kinder. Das Mädchen trägt einen, ja, lilafarbenen Pulli mit, ja, auch weißen Ärmeln. Und auch noch eine gelbe Shorts. Und der Junge trägt ein grünes T-Shirt mit einer blauen Shorts. Außerdem gibt es hier noch so eine orangene Käppi. Und die darf der Junge jetzt tragen. Und dann gibt es hier auch noch so eine kleine Kiste. Da vorne sieht man auch noch einen Rasen, einen Ball und einen Schläger. Da kommen wahrscheinlich diese ganzen Bälle rein. Davon haben wir auch sechs Stück. Und dann gibt es eben noch diese zwei Golfschläger. Dann gibt es hier noch so eine Fahne. Da ist wieder dasselbe Bild drauf. Und das hier ist übrigens dann auch der Deckel von der Kiste. Und hier ist auch noch diese kleine Maus. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum es in diesem Set jetzt noch so eine Maus gibt, weil, ja, so eine Maus braucht man nicht unbedingt, um Minigolf zu spielen. Aber, ja, ist eigentlich ganz süß. Und dann gibt es hier auch noch so eine Karte oder so. Da kommt dann jetzt dieser Sticker hier drauf. Und dieser große Sticker kommt dann hier auf die Bahn drauf. Ich würde sagen, das machen wir jetzt mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Tada! So sieht das jetzt aus. Also hier ist diese Bahn. Da gibt es auf jeden Fall drei Löcher. Einmal mit der Zahl 5, dann mit der Zahl 10 und mit der Zahl 15. Und hier ist dann auch noch das Loch für die Kugel. So, zu guter Letzt kommt dann jetzt noch diese Fahne hier in dieses Loch rein. Damit man auch ganz genau weiß, dass das eine Minigolfanlage ist. Und ja, die Kinder können jetzt schön Minigolf spielen. Dafür haben sie natürlich diese Schläger. Und hier kann man dann auch noch die ganzen Zahlen sehen. Also die ganzen Punkte, die sie so bis jetzt erreicht haben. Der Junge kann das dann hier in der Hand halten. Die Maus schaut auch schön zu. Und das Mädchen kann anfangen zu spielen. Uh, gar nicht so einfach. Ja, auf jeden Fall kann es dann auch noch in diese Löcher hier so reinfallen. Und ja, ich finde das Set ist richtig toll. Also mir gefällt es richtig gut. Ja Leute, das war es jetzt mit dem Video. Also ich finde das Set richtig toll. Ich habe jetzt voll Lust Minigolf zu spielen. Ich hoffe aber natürlich auch sehr, dass euch das Set und auch das Video gefallen haben. Dann lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da, damit wir das auch sehen können. Und vergesst nicht, noch unseren Kanal zu abonnieren. Denn dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von uns. Habt aber auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.